Hey Leute, heute haben wir für euch den Vergleich zu zwei Trainingsbälle. Und zwar einmal von Jako den Match 2.0 Ball und einmal den Adidas Torfabrik Top Trainingsball. Beide Bälle sind, wie ich es eben schon erwähnt habe, Trainingsbälle und für den permanenten Trainingsbetrieb gedacht. Beide Bälle verfolgen ein komplett unterschiedliches Konzept, einen unterschiedlichen Aufbau und unterscheiden sich so auch von den Flugeigenschaften. Der Jako Match ist ein Ball, der eine eigene Panelform hat, der aus 14 unterschiedlichen Panelelementen besteht, die alle miteinander von der Hand vernäht sind. Das heißt, es ist ein wirklich klassischer Fußball, der eine klassische Naht hat und die Hand gezogen ist und zudem eine Oberfläche, die laminiert ist und die eine Fütterung darunter hat, die dem Ball besonders gut eine Geschwindigkeit aufnehmen lässt. Der Adidas Torfabrik Top Training, wie wir ihn hier haben, handelt sich um die besondere weiße Teamsportausführung, hat eine geklebte Panelform. Zum Einsatz kommt dabei die TSBE Naht, die kennt ihr aus dem Bundesliga-Spülball und zudem kommt, wie man es sehen kann, das Paneldesign zum Einsatz, was ebenfalls aus dem Torfabrik Bundesliga-Ball stammt oder auch schon beim Brasooka zum Einsatz gekommen ist. Was unterscheidet beide Bälle jetzt? Der Jako Match ist der etwas robustere Ball, der die etwas stabilere Flugbahn hat und der Adidas Torfabrik Top Training ist der Ball, der etwas leichter flattert, dafür aber schneller den Speed aufnimmt. Beide Bälle sind wirklich gute Trainingsbälle, sind ohne Probleme für normale Spielklassen, Kreisliga, Kreisoberliga, auch noch Gruppenliga, wirklich gute Trainingsbälle, die man dort verwenden kann und sind auch für den permanenten Betrieb. Wie gesagt, der Match der etwas robustere Ball mit der stabilen Flugbahn, der Top Training, der Ball, der etwas schneller die Fahrt aufnimmt, aber dafür etwas mit flattert. Mich interessiert natürlich, was mögt ihr lieber? Mögt ihr lieber einen genähten Ball oder mögt ihr lieber einen geklebten Ball wie den Torfabrik? Beide Bälle findet ihr wie immer über den Link in der Beschreibung und jetzt interessiert mich eure Meinung zu den beiden Bällen.